Ja, servus Leute, wenn ihr euch für Vending Machines interessiert, seid ihr bei mir richtig. Das hier ist mein örtlicher Kiosk, mein 24 Stunden Vending Machine Kiosk, der ein paar Sachen verkauft, hier so Tegernseher und so weiter. Dann haben sie sich solche Boxen geholt. Was ich cool finde, ist, sie unterstützen die Ukraine, aber wer kauft sich für 500 Euro, bitteschön, einen.